Hey Leute, willkommen zurück zu WIC. Wir machen weiter von 4 bis 6, äh, ja, insgesamt schon, aber erstmal von 4 bis 5. Mal gucken, wie es klappt. Ach, die letzte Nacht hat sich hier ganz schön gezogen wie Kaugummi. Ich glaube, das wird auch immer krasser, weil ich habe es schon in den Kommentaren gelesen. It's just a made-up website. I thought the video was fake, but maybe not. Maybe not. Ja, die Kerzen werden immer seltener, man findet immer weniger von Stunde zu Stunde, was aber auch logisch ist, da ich die ja verbrauche, ne? Und deswegen, ich will mal schön gucken, dass wir alle einsammeln. Ich habe die Karte übrigens nicht auf. Da habt ihr schon recht, das nimmt wahrscheinlich so ein bisschen die Spannung, wenn ich die ganze Zeit auf die Karte schaue und weiß, wo ich bin. Das sah eben aus wie ein Gesicht von weitem, guck mal. Bäh. Naja. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob wir jetzt im Dunkeln oder im Hellen rumlaufen hier? Ich meine... Wahrscheinlich nicht, hä? Ich glaube, im Dunkeln, da kann Uda eine Dicke nicht kommen, der die Kerzen austritt. Der uns dann immer tötet, freundlicherweise. Ich gehe mal wieder auf die Brücke. Da liegt ein Holzschuh. Nein, ein Schuh. Was ist los? Oh, da ist eine Kerze. Das ist noch zu früh für die Kerze. Das ist... Ach, komm, schau, ich hätte sie mir... Hätte sie mir nehmen sollen, ihr scheiß Blagen, da ist die Brücke. Ah, nee, warte. Oh! Waldbrand verursachen hier, oder wat? Oh Gott. Nee. Äh. Nein, die Kerze ist aus, verdammt. Da ist die Brücke. Shit. Wo waren die Kerze jetzt? Mach das nicht. Oh nein, die Streichel ist gleich runtergebrannt. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Bleib bloß weg. Oh! Ohohoho! So. Aber Brunnen ist auch noch eine, die merken wir uns. Vielleicht jagt er mich wieder, der kleine Schlumpf. Ah! Ah! Oh nein, da war eben das... Im Boden, habt ihr gesehen? Da hat sich jemand langgebuddelt. Bei dem sollen wir auch immer wieder weglaufen, hieß es ja, ne? Glaube ich zumindest. Hat er eben ein Kind geweint? Oh nein! Ah! Möö! Das ist Sinn. Okay, also wenn wir dieses Buddeln hören, dann müssen wir auf jeden Fall laufen. So viel ist klar. He's always on the hunt. Aber wir haben schon mal den Schuh gefunden. Das ist ja einiges, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt noch so ein Knochenkind dazu. Das ist wahrscheinlich hier getötet worden. Vielleicht, ich schätze das mal so an, geht die Zeit ja auch schneller rum, je mehr von diesen Artefakten wir finden, weil... Weiß nicht. Letztes Mal hab ich ja, äh, zwei... Na doch, das ist Quatsch. Ich hab zwei gefunden. Wahrscheinlich, wenn wir erwischt werden, dann wird jedes Mal die Zeit ein bisschen kürzer hier. Weil das war echt immer nur dann am Ende drei Minuten, bis es das erste Mal gegongt hat. Was ist das denn? Couch. Ich dachte eben schon, das ist irgendwas... Irgendwas blutiges, gruseliges. Ah, komm schon. Ihr Drecksplagen. Wo bin ich denn? Da ist der Bus. Vielleicht ist da wieder was drin. Artefakt. Oder eine Kürze. Benni. Tom. Oh, oh. Okay, jetzt sind ein paar Namen weg. Caleb. Seltsam. Was ist denn der Wasserturm? Nee, warte. Der Wasserturm ist da, ne? Hör! Oh Gott, du Arsch! Ja, ist ja gut. Da ist der Wasserturm. Ich sehe ihn. Ja. Vielleicht liegt dieses Mal ja was am Wasserturm. Das war die ganze Zeit nicht so. Ja. Oh. Guck mal da. Ne Gasmaske. Da schießt jemand. Na, komm schon. Hasen, Mädchen. Ich kann dir nicht helfen, Mädchen. Oh nein. Wir sehen uns noch nicht los. Oh, Gott. Das ist der Dicke ab der Gehütte hat geschnarcht. Oh nein. Nein. Oh nein. Ja. Ich habe aber schon zwei Items. Ich brauche nur noch eins. Und dann habe ich alle drei. Wow. Fantastisch. Ich muss eigentlich nur im Dunkeln rumlaufen und vor den Dingern weg, ne? Das ist gut. Warte mal, am Friedhof war ich noch nicht. Und, äh, an der Hütte. Mal sehen, ob da noch was ist. Da ist das. Ich wollte es nicht ablegen. Am Feuer war ich auch noch nicht. Ich gehe mal hier zum alten Haus. Ich muss noch ein bisschen lausern. Lauser. Ich höre auch nicht viel, ne? Das ist gerade... Das ist nur eine Kerze. Okay, hier ist nichts. Lagerfeuer. Da. Auch nichts. Schade. Ich habe mal die Kerze. Ich war ja irgendwo. Nicht rumlaufen. Blöden Kinder. Wo war die denn jetzt? Scheibenklar ist der. Wo ist die Kerze? Oh nein. Nein, 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 nein. Der gräbt sich jetzt zu mir. Oh Gott, die Kerze ist aus. Ich bin schon wieder am Lagerfeuer. Wo ist hier eine neue Kerze? Ihr seht wahrscheinlich wie ich jetzt gar nichts. Das ist okay. Ha! 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 Verfolge mich nicht. Da war eine Kerze. Ach komm schon. Jetzt, wo ich mir die Kerze holen wollte. Scheiß Zibbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha! Hör auf, du schreckliches Kind. Oh Gott. Ich gehe mal weiter zur Hütte. Ha! Ha! Drecksplag. Lass mich da mal in Ruhe jetzt. Das ist die Lampe. Ich habe das erste Mal alle drei Gegenstände. Ha! Collection E. Oh Gott, ich darf wieder raus. Danke. Danke, danke. Ich habe alle drei Sachen. Ich darf jetzt einfach hier stehen. Wird wahrscheinlich nichts, ne? Da kommt der Buddler. Ich gehe weiter. Oh! Dummes Gür. Pustet mir die Kerze aus. Ich glaube, es hackt. Dann kannst du einem Mann nicht die Kerze auspusten. Die ist auch schon weit runtergebrannt. Die ist auch schon weit runtergebrannt, ne? Ha! Ha! Ah! Das ist der Butler. Ich denke, Brückerstattung ist auch noch eine Kerze, oder? Oh nein. Oh! Scheiße! Oh! Gott! Er schläft wieder. Oh! Die Kerchen schläft. Schlaf ruhig weiter. Ich bin gleich weg. Ein bisschen! Oh Gott, da kommt der Gräber. Ja, wo ist denn das kleine Gör? Daneben war der Gräber. Lass mich doch in Ruhe, Kinder. Gemeine Kinder. Oh Mann! Oh! Oh! Ist nicht schlimm. Wo ist der Dicke? Oh nein. Oh! Nicht hinklocken. Ich hab nur noch zwei Streichhölzer. Ah. 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 Boah, bewegt sich eigentlich Dickerchen die ganze Zeit vorwärts, wenn er schläft. Ah. Könnt ihr mir das erklären, bitte? Ich kann nicht mehr rennen. Oh. Ich fahr auf die Kerze. Oh, Dickerchen, hab das gehört? Boah. So kack Arsch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Am Friedhof. Oh nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah. Oh, nicht so wieder, du. Ich seh' ihn nicht. Oh, Gott, Leute. Das ist... Ich schwitze. Damit kannst du mich nicht mehr schocken. Oh. Oh. Damit nicht mehr. Hatten wir alles schon mal. Gehen wir mal zur Kerze. Oh, nein. 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 Ich lauf zurück. Hat er schon aufgegeben? Ja. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay. Oh, Gott, du scheiß Kind. Komm schon. Ich brauch noch ne Kerze. Bitte, gebt mir noch ne Kerze. Nope. Dickerchen kriecht mich nicht. So, wird's ja auch bald mal Tag oder so. Ich mein... Das ist fünf. Es ist bald fünf. Dann muss es doch hell werden. Toll. Das letzte Streichholz. Wunderbar. Nein. Nein. Ach, scheiße. Nein. Da ist ja noch einer. Wie viele von denen gibt's denn? Nee, Leute. Reicht. 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 Danke fürs Zusehen. Wir sind jetzt wieder zu Wick. So ne Scheiße. Da. Gotcha.